So, herzlich willkommen zurück zu Hellblade. Und jetzt gucken wir einfach mal, wo es hier weitergeht. Also wir können hier jetzt erstmal runtergehen. Vielleicht ist ja hier drüben noch was, das wir uns anschauen können. Ich glaube, wir sehen nur nochmal die Brücke. Wir müssen dann so oder so hier runter. Das Gute ist, sie macht halt relativ viel automatisch und so viel rumdrücken muss man gar nicht. Das Gute ist, sie macht das Gute. Oh, oh. You, you took it from me. I beg you, let it go. I'll give you what you want. I won't resist anymore. Just give him back. I'll give you what you want. I'll give you what you want. Ah, du Scheiße. Okay. Hallo. Ich muss irgendwie kurz gucken, wie kann ich da blocken? Block ist Left Crittle. Okay. Steh auf, gehör. Wow. Also das Kampfsystem finde ich super geil bisher. Steh auf, gehör. Komm. Ah Scheiße, ich muss weg. Ja, ja, ich weiß, aber ich muss erst mal hier irgendwie weg. Geil. Ja, 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 aber ich sehe die ja nicht. Also ich kann die nicht angreifen. Ja, ich bin ja nicht. Sie ist so weak, sie ist so weak. Sie können Sie sehen, Sie sind we- Ja, 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 ja. Das war's. Das war's. Das war's. Du bist. Das war's. Eine Vision. Of what's to come. Poor Senua. The darkness does not bargain. It does not reason. It is rot. And now it has taken hold. It will spread towards her head. The seed of the soul Until there is nothing left of her Run All of her suffering will have been for nothing It's just a matter of time The dark rot will grow each time you fail If the rot reaches Senua's head, her crest is over And all progress will be lost Ach du scheiße, what? Okay Ich darf nicht verkacken Das ist ja garstig The hardest battles are fought in the mind That is what Dillian taught her With every defeat The dark rot will grow And soon it will take her soul But for now at least She still has control of her mind And she will fulfill her vow Whatever the cost Listen to me Senua The goddess Hela Lies behind the gate to Helheim To open the gate You must first face the gods that guard it The god of fire Surt And the god of illusion Valraven Spill their blood To open the gate to Helheim And enter the land of the dead Mhm Mhm Was ist unnehmbar denn Wir nehmen einfach rot Was ist Valraven Ancestor of the Seers And master of Ravens He hunts his prey With his powers of illusion And feasts on their remains Follow the path to Valraven And defeat him in battle To earn his mark The gate to Helheim Cannot be opened without it Oh, oh Wow Und da drüben ist hier so ein Storyteil Da gucke ich immer direkt hin Emyr was a frost giant A being of darkness And all his sons and grandsons Were dark after him Of his daughters and granddaughters Some were monstrous But others, fair But there was another Who came from the ice Buri In shape He was like a man Big and powerful His son, Boar Took a fair giant To be his wife And they had three sons Odin was the eldest And the northmen hold him To be the foremost of the gods The old father Mhm Ich finde es super, dass man hier auch noch ein bisschen von Mythologie lernt Das finde ich immer ganz interessant An solchen Spielen Dass man quasi nicht nur zockt Sondern auch ein bisschen schlauer wird Focus Illusion hides the path to Balraven Bist du nicht an deine Augen. Find eine andere Art, um die Wahrheit zu sehen. Was ist das? Es ist eine Tür. Nein, es ist nicht. I did it. We all want to see behind the veil, don't we? But once we do, we mostly just close our eyes again and pretend what we saw was never really there. This thing is now open here. If anyone ever could close our eyes, however hard she tried, begged. This is the price she pays for seeing things differently because once you gaze into the relentless darkness, all that lurks within it. He can see you too. Okay. Hey, here wurde irgendjemand geopfert. Wieso sagt ihr mir, ich bin in Gefahr? Oh well, of course. They've surrounded him. He's not strong enough. Finish this. End it now. He did it. He finished it. No, come here. No, come here. Haha. Magic Skrits. The Northman will not stop her. She will find what she's leaving. Oh je. I have here small plans. Valravan's power of illusion comes from ravens. Align the ravens to break his magic seal. Show me what you have seen, Truth. Look how much it's changed. A little different than it now. I have here. I will. I do. Also einerseits helfen dir die Stimmen, aber andererseits verunsichern die dich auch immer. Total creepy, also mal was komplett anderes in dem Spiel. Do you feel it too? It's like crossing into another world that looks the same but feels different. An imposter world, where the forest itself is watching. Das sieht so wie eine riesige Boss-Arena aus. Warte mal. Da müssen wir mal gucken. Hier muss irgendwo so ein Tor sein, wo wir durchgehen können. Ich glaub das war hier unten. Genau. Und wenn wir da durchgehen, theoretisch, müsste sich ja etwas ändern. Hoffe ich, denk ich mal. Nee, gar nicht. Das ist zum Teil gar nicht. Wir müssen einfach hier hoch. Kommst du hier hoch, gell? Nee. Möchtest du ja nicht. Na gut. Hm. Stehe ich jetzt das erste Mal vor einem Rätsel? Was ich wieder retaliaterweise nicht hinkriege. Also ich weiß ja, dass da das ein Bull ist und das hier sieht verdächtig danach aus, als wenn es irgendwie etwas damit zu tun haben könnte. Dafür muss ich theoretisch da rauf, oder? Ja, entspann dich doch mal. Nein, das ist sicher. Aber da, dann. Schi, 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 schi! Schi, schi, schi! Wenn du das hörst, auf den Ravn. Zitzen dich. Und du dich zu diesem. Aber du gerne hast. Folgen des Illusions? Du kannst immer in die Augen gelassen pas vertrauen. Folgen des Illusions? Folgen des Illusions? going! Da ist er. Das Lied. Verläuven? Verläuven der Liedsborn? Wasubles? Fokus. Wasubles? Das ist ja auch schon Voll abgefahren. Also ich bin echt ein bisschen baff, was dieses Spiel angeht. Da ist er schon wieder. Das ist nicht die erste Mal. Das Winter, bevor die Tragedie, sie in den Wielden ihrer Lande zu leben, auf die Berne, Röte und Räbber. Es ist nicht so common, Sie sehen. Wir callen so eine Person ein Gelt. Some, wie Truth, become Gelt in search of Penance. Others, wie Senua, to purge a Curse. Those who make it back are forever changed. So almost. Entspannter Stimmen, ich geh ja schon. Mit der unten. Jesus. Ich muss hier rübernehmen, ne? Ich muss den ganzen Weg zurücklatschen. Es ist diepargrafel Sie. Ich nehme die Fl bekommen, bitte. Das Wahnsinn-…. Nee, Quatsch, ich muss hier rüber. Hier lang müssen wir. Und theoretisch kommen wir jetzt da hoch, damit wir das Symbol machen können. Wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, jetzt geht's da hoch. Das ist ja super. Ja, da ist es. Jetzt kommen wir da durch. Ich bin mal gespannt, wie der Kampf gegen den Typen wird. Also, das Kampfsystem ist echt der Wahnsinn. Also ich finde es super geil. Ich meine, bisher haben wir noch nicht so viele Moves gesehen. Aber die, die ich bisher gesehen habe, fand ich eigentlich echt gut. A reminder, that just because you cannot see the threat, it doesn't mean that it's not already here. Oh ja, hallo. Good job. They're winning. They're winning. Night. Scheiße. Scheiße. Also links ist halt eine schneller Attacke und rechts ist halt die Durchschlagskraft. Ah, das sieht doch schon entspannter aus. Aber ich mag das Kampfsystem echt gerne. Was ist denn auch braun? Was soll ich? Blut. 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 Es spricht, es ändert alles. Es ist ein Leben, um ein Land zu verabschieden, um ein Verabschieden, um ein Verabschieden. Exile macht Sinn, wenn du herausfassst, dass du nicht wirklich nach Hause bist, in der ersten Zeit. Wieder eine Tür zum Öffnen. Woher ist die Frau? Die Flöten. Die Flöten! Die Flöten. Die Flöten. Die Flöten! Die Flöten! Die Flöten! Es ist magisch. Es ist ein Illusion. Sie hat schon in den Wildern gehabt gehabt. Das erinnert sich an jemandem. Die Wildern. Woher? Welche Wildern? In den Wildern. In den Wildern. Sie hat die Wildern. Sie ging in den Wildern so lange. Warum ging sie in den Wildern? Sie wollte gegen seine eigene Dunkelheit. Sie dachte, dass sie ihre eigenen Dunkelheit verletzt. Sie hat sie verletzt? Nein. Sie hat sie wohl verletzt, aber sie versucht. Druth. Druth hat sie. Wenn es nicht für Druth, sie hätte sie sterben. Sie kann nicht verletzt. Sie wollte mit ihr eigen Dunkelheit. Sie wollte mit Dillian. Sie wollte mit ihr eigenes Dunkelheit und mit Dillian. Aber es konnte nicht funktionieren. Sie dachte, dass ihre Kurse erleden würde. Sie wollte mit ihm zeigen. Sie dachte, dass sie die Dunkelheit zu ihm wäre. Sie würde ihn auch. Sie hat sie ungefähr geschaffen. Sie hat die Kurse erledigt. Druth. Sie hat sie helfen. Dillian. 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 Vielen Dank.